Wir alle wissen, das Leben als Mountainbiker ist manchmal verdammt hart. Wir müssen bergauf fahren, müssen unser Bike ständig putzen, weil das Wetter hier so mies ist. Aber ich möchte euch heute das Leben ein bisschen leichter machen. Aber erst mache ich mir selbst das Leben kurz leichter. So, heute gibt es von mir 10 Bike Hacks für dich, die dein Leben einfacher machen. Viel Spaß dabei. Also ich gehöre ja zu den Leuten, die ständig ihr Bike irgendwo hin transportieren müssen. Und damit da nicht die Bremsen festpappen, müssen wir die natürlich schützen. Aber diese kleinen fiesen Dinger, die gehen halt öfter mal verloren. Und deswegen hier ein kleiner Hack, wie ihr ganz einfach euch sowas selber basteln könnt aus einer Klopapierrolle. Ich glaube, einer der Verschleißteile, die öfter mal verloren gehen irgendwann, zumindest wenn das Bike was älter ist, ist dieser Kontrollring da bei den Dämpfern. Keine Ahnung, wie das Teil heißt, aber hier kann man easy Abhilfe schaffen mit einem Haargummi. Wenn ihr jetzt was schöner haben wollt, schneidet die Enden öppelns ab. Jeder weiß es von euch, Sticker machen euer Bike schneller. Aber ein Sticker aufzukleben ist manchmal gar nicht so leicht und ja, auf verschiedenen Untergründen sowieso nicht. Aber ein kleiner Hack ist, von der Mitte aus anzufangen. Mit dem Finger einfach drauf tippen und dann von der Mitte aus nach außen streichen, sodass keine Blasen entstehen können. Und so sieht der Sticker möglichst lange richtig, richtig schön aus. Ihr seid unterwegs und müsst eure Gabel mit neuer Luft füllen. Das heißt, das ist manchmal gar nicht so einfach und manchmal klemmt das Ding. Aber, was viele gar nicht wissen, mit der Pumpe kann man das ganz, ganz einfach regeln. Denn die habt ihr wahrscheinlich sowieso dabei, wenn ihr es aufpumpen wollt. Ihr setzt einfach das untere Teil unten an und holt da ein bisschen Schwung, pumpt einmal rein und dann klackt, ist das Ding offen. So ein Bike Protect ist meistens gar nicht so günstig. Aber es gibt eine kleine günstige Variante und zwar Silikonspray. Silikonspray macht im Prinzip das gleiche. Wichtig ist, ihr sprüht damit nur das Handtuch ein, um damit nichts auf eure Bremsen kommt oder sowas. Und dann wischt ihr einfach leicht drüber. Schön sauberen Lappen benutzen, drüber wischen und Dreck und Wasser perlt wunderschön ab. Albtraum eines jeden Bikers, dein Bike wird geklaut. Aber, wenn du es wiederfinden willst, dann versteck einen Zettel in deinem Bike. Und es gibt da ein Geheimfach sozusagen und da könnt ihr euren Zettel ganz easy verstecken. Sehr praktisch, aber lässt sich deswegen schnell verstecken. Ihr kennt das vielleicht, ihr habt natürlich nichts an eurem Bike dran. Kein Ständer, kein Garnix, keine Reflektoren und so weiter. Aber, was viele gar nicht wissen, ihr könnt ganz easy mit der Pedale das Ganze einfach abstellen. Allerdings müsst ihr darauf achten, dass ihr es in die richtige Richtung tretet. Auch hier sind wir wieder beim Thema Reinigen. Und ihr müsst nicht so eine teure Bürste hier benutzen, sondern es gibt eine ganz einfache Alternative, die jeder von euch im Haus hat. Und zwar eine Klobürste. Jeder, der mit seinem Auto ein Bike transportieren will, weiß natürlich, wie das irgendwann aussieht. Und deswegen, besonders die Sitze kann man einfach schützen, indem ihr einfach ein übliches Handtuch nehmt, was ihr zu Hause habt. Und ihr bastelt euch oben so eine kleine Tasche rein, damit ihr das über euren Sitz stülpen könnt. Super easy und ihr könnt das Handtuch danach auch immer noch weiter für andere Zwecke benutzen. Also keine Verschwendung. Das waren 10 Bike Hacks. Ich hoffe, der ein oder andere Hack konnte dir vielleicht weiterhelfen oder du fandest ihn zumindest ein bisschen witzig oder so. Lass mir gerne ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Das würde mich sehr, sehr freuen und diesen Channel unglaublich unterstützen. Wir sehen uns denn nämlich nächste Woche schon wieder in zwei neuen Videos. Bis dahin, macht's gut. Peace. Ciao. Ciao.